Hier auf dem Festival. Das ist wirklich noch schlimmer. Ich bin auf dem Ingerüder Musikfestival. Ich bin da aktiv. Ein Beileid. Das Arbeiten an sich mit den Jungs macht Spaß. Konkret freigetrieben, das ist, weil es ist positiv. Na gut, das stimmt. Ich muss nichts bezahlen, den Abend. Gut, und Musik ist auch da. Viel Spaß. Hier rechts Uhr. Lade Edelmetall. Wollte ich auch gerade sagen. Alles drin. Bei mir ladet auch Edelmetall gleich durch. Ero. 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 Lade Deus. Untertitelung des ZDF im Auftrag des ZDF Ja, soll ich auch mit unten bleiben? Ja, fahr unten lang Die Mitte ist safe Okay, das wird wohl denken Heavy-lastig werden gleich Guckt auf die HP beim Fokusfeuer, ganz wichtig Die kommen, ich befürchte sie sind jetzt alle über die andere Linie Ich muss noch lange gucken Ja, schau mal schnell Wenn, dann würde ich sagen, die Medium durchziehen an der Flagge Wenn, würde ich das gleich machen Okay TS5 Ja Kann ich nicht bewirken Martin, unten Komm mit mir mit Ja, vielleicht Okay Okay, die Mates, ihr könnt reinfahren Probiert mal Äh, es könnte sein, dass die sich irgendwo hier drin oder da verstecken Okay, Tim, mach du das Wenn du das denkst, dass es gut ist, dann fahrt rein Die Heavys drücken weiter Noch nicht Scheiße, fahrt Wege zurück Die cappen uns weg Ich weiß es Wiege, zieh dich, zieh dich weg Der LP macht dich fertig Ja, ja, ich, ich bin schon weg Ich bin schon weg Sekunde Guck mal unten nach, ich hab Max Sicht weiter Ein, ein Mates bleibt mal zum Recap Bitte? Ein Mates, Mates bleibt mit dem Recap Oh, guck, guckt an Aha Okay, das spielen wir jetzt über Sichtweite, okay? Ja Ach Liga Zurück Und die anderen bloß aufmachen Die Heavys positionieren sich hier oben Nicht auf den TS5 schießen Das ist nicht Ein TS5, die haben nur Jagdpanzer da hinten in der Ecke Okay Weil alle brechen wir an Dennis, stell dich mehr unter den Fels da Ich bin unterwegs Auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen Kann ich spotten? WZ WZ Versuch den Coppola zu treffen Am TS5 Ja, komm hier Ja, shit happens Da ist der TS5 wieder Nehmt mal HE, okay? Ich kann mit dem Zeug Hi Nachladen Nachladen Nicht nachladen Ich kann mit dem Zeug an mich Du musst den wirklich in den hinteren Teil vom Aufbau schießen Für mich wird der grün angezeigt Oder ist noch ein Jagdtiger Vielleicht deshalb Da sind noch zwei weitere Das waren eben Ich hab Wir nehmen zuerst den Jagdtiger Ja WZ 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 Kontrollt mich das Ja Wie viel Schuss haben die drinnen? 3 Aber ich würde noch abwarten Das Ding noch länger über Sicht beide spielen Wir haben noch 10 Minuten Zeit Ja, wir haben noch Zeit Hauptsache die Base werden nicht weggekippt Durch ihr Gekappt Durch irgendeinen Idioten da Ja Wir haben auch HE, da ist rausgekommen Ich komm mal zu dir, Martin Versuch von der anderen Seite zu kommen Und sie von da aus aus zu machen Okay Ich bin leer Hm Na Warte noch Ähm So, haben wir ready? Ja, eine Leitflöse Kommst du da runter, Linda? Hier hin? Ja, ich komm War mein Gedanke, ja Willst du mitkommen, Linda? Nee, warte Ich fahr mit, aber Hier, hier bin ich Warte, wir, wir kommen mit Oben oben ist ein Kaffee und oben oben nicht Nachladen Ich fahr an die Ecke hier Lade nach Komm bitte einer mit Bin da schon unterwegs Alles klar So, jetzt kriegen sie Okay, ich bin gleich bei dir Okay, ich warte bis du kommst Wie ist der? Cap Roger, wir kümmern uns um den Kaffee Alles klar Ihr Mähti müsst das regeln Wahrscheinlich nur der LP Ne, da sind zwei So Defender auch mit Nein Weiter, ist noch mehr, okay Let's go Ja, wir haben wir ready Da stehen sie Ja Okay, Defender Objekt runter Knirven Hier aufschliessen Okay, die sind alle recap Also bis auf einer Einer ist irgendwo noch So Dennis, jetzt gehen wir drauf, okay Ähm Nachladen Recap Nachladen Drauf Wir brauchen jetzt einen Recap Zehn Sekunden Neun Acht Sieben Sechs Nachfahren Da ist irgendwo noch einer, der ist nicht, nicht offen Ja Da ist irgendwo noch einer, der ist nicht, nicht offen Gott, Jo Kannst du noch einen denken? Tauf, Tauf, Tauf Tauf, Tauf Mein Gott, Jungs Was? Ach Nicht so gut Neee Heisei Ärgerlich Der LP ist nicht mehr aufgegangen im Cap Nee Das hätten wir gewinnen können, oder? Ja, den hätten wir eigentlich abkönnen Jungs Heisei Das war zu lahm Hätte eher noch ein bisschen ranfahren müssen, oder? Ja Ja Ja, ich war ja dabei, bloß ich war zu langsam Egal Unnötig Dabei waren ja noch sogar